Hallo meine lieben Thermifreunde, ja schön, dass ihr wieder in meiner Küche mit eingeschalten habt. Heute möchte ich mit euch zusammen Knoblauchfladen machen, gerade jetzt zu der Grillzeit, ganz optimal perfekt, aber auch als Beilage oder so, wer gerne Knoblauch will, ist das genau das Richtige. Von den Zutaten her, wie ihr seht, habe ich alles schon wieder hergerichtet und schon abgewogen, damit es wieder schneller geht. Wir fangen auch direkt gleich an. Wir brauchen als erstes 400 Gramm Mehl, 400 Gramm Weizenmehl, Typ 550. Nimmst auch das 550er, das ist einfach ein bisschen gröber und so werden sie, ja, meiner Meinung nach, werden sie so perfekt. Also 400 Gramm. Dann brauchen wir 100 Gramm Hartweizengrieß, kommt auch gleich mit dazu. Dann kommt dazu ein halber Teelöffel Salz und einen Teelöffel braunen Zucker, habe ich auch schon alles hergerichtet. Hergerichtet einen halben Würfel Hefe, ich habe ihn wieder kleiner gemacht und 325 Gramm kaltes Wasser. So, von den Zutaten für den Teig war es das auch schon. Viele haben das alles auch daheim, also man kann also wirklich gleich loslegen. Das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf der Teigknetstufe verknetet. Also 5 Minuten und dann noch auf den Teig, einmal drehen und dann lassen wir den jetzt 5 Minuten schön kneten. So, ich zeige ihn euch einmal, schaut einmal, so sieht der Teig jetzt aus. Wunderbar wieder, so wie ihr gehört. Ja, und den fülle ich mir jetzt direkt gleich um, weil der Teig muss jetzt 20 Minuten ruhen und da reichen auch wirklich 20 Minuten vollkommen aus. Geht auch immer ganz toll raus, der Teig. Also bleibt nicht viel im Mixtopf hängen. Schauen wir mal, wie es heute ist. Meistens ist es ja Vorführeffekt, aber normalerweise ist es immer, naja, heute bleibt er natürlich hängen. Aber den holen wir uns noch schnell mit dem Spatel raus. Den Rest schleudern wir uns wieder ab. Einfach auf der Stufe 10. Linkslaufen. Jetzt hängt das alles schön am Rand und so können wir es uns viel besser herausholen. Und wir müssen jetzt da nicht großartig alles auseinanderbauen. So geht das immer wunderbar. So, und so lassen wir es auch rein. Ich spüle mir jetzt den Topf auch gar nicht aus. Jetzt geben wir einen Deckel drauf und lassen, wie gesagt, 20 Minuten den Teig stehen. Jetzt kommen wir auch gleich zu dem Knoblauchöl, wo wir ja dann nachher unsere Fladen einpinseln, damit die schön nach Knobbi schmecken. Ich habe jetzt einen frischen Petersilie. Von der Menge her, ich kann es euch immer gar nicht sagen. Ich sage jetzt einfach eine gute Hand voll. So ist es immer. Perfekt habe ich gleich das mal. Ich habe mir es auch so aufgeschrieben sogar. Eine gute Hand voll vom Garten. Also so wie ihr es halt habt oder kauft es euch einen Bund. Das wird ungefähr auch von der Menge her so sein. Also wie gesagt, eine Hand voll Petersilie. Die dicken Stängel, die habe ich abgeschnitten. Habe eigentlich jetzt bloß so die Blätter davon. Das Ganze wird jetzt zerkleinert. Und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 6. Den füllen wir uns jetzt wieder um. Ich mache es nochmal 5 Sekunden Stufe 6. Das hat jetzt nicht so ganz gereicht. Nochmal 5 Sekunden Stufe 6. Schauen wir mal, wie er jetzt aussieht. Ja, ich glaube jetzt ist es besser. Ja, guckt dabei, so sieht er jetzt aus. Den füllen wir uns jetzt wieder um. Wenn ein bisschen noch was drin ist, macht nichts. Es kommt nachher eh alles wieder zusammen. Weil jetzt wird noch der Knoblauch verkleinert. So, und jetzt brauchen wir 5 Knoblauchzehen. Also da könnt ihr auch wirklich große Zehen nehmen. Also ich habe wirklich Riesenzähne. Boah, das ganze Haus riecht nach Knoblauch. Also 5 Knoblauchzehen. Da gucken wir wieder, dass sie nicht direkt auf dem Messer gleich liegen. Die verkleinern wir jetzt uns 10 Sekunden auf der Stufe 6. Ja, hätten 6 Sekunden auch gereicht. Das Messer ist schon ins Leere gelaufen. Boah, der Duft. Der Duft, sage ich euch bloß. Ja, das schieben wir natürlich jetzt mit dem Spatel nach unten, damit das alles schön verrührt werden kann. Also alles, was am Rand ist, geben wir nach unten. So, und jetzt schalten wir unseren Thermi auf die Stufe 2. Und geben durch die Deckelöffnung oben 3 Esslöffel Olivenöl mit dazu. Und jetzt geben wir nochmal unseren Petersilie dazu. So, dann geben wir unseren Deckel drauf. Und dann drehen wir unseren Thermi einfach stufenweise immer höher. Und dann wieder zurück, bis das alles schön... Ja, bis ihr merkt, bis ihr merkt, dass es alles richtig miteinander verrührt ist. Boah, dieser Duft, dieser Duft. Wahnsinn. Boah, schaut einmal, so sieht es jetzt aus. Und das geben wir jetzt wieder raus. So, Wahnsinn, das riecht. So. So, immer noch den Deckel. Und das Ganze decken wir uns jetzt die 20 Minuten einfach noch ab. Und jetzt, seit wir uns der Teig jetzt noch schön geht, lassen wir das jetzt auch noch 20 Minuten durchziehen. Und dann streichen wir das dann auf die Fladen drauf. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir sehen uns, wenn der Teig fertig gegangen ist. So, mein Teig ist jetzt 20 Minuten gegangen. Also, ich bin wieder total begeistert, wie er aufgegangen ist. Und es reicht wirklich die 20 Minuten vollkommen aus. Mein Backofen heize ich gerade schon vor auf 230, Ober-Unter-Hitze. Was ich vorhin noch ganz vergessen habe, zu unserem Petersilien-Knobi-Gemisch. Ihr müsst noch drei Esslöffel Olivenöl dazu geben. Das habe ich dann nach dem Anschluss gleich gemacht. Und so ist das jetzt wirklich, boah, die 20 Minuten noch wunderbar durchgezogen. Aber Rezept schreibe ich euch ja wie immer unten in die Infobox. Und da schreibe ich das auch ganz genau dazu, dass ich noch drei Esslöffel Olivenöl dazugeben habe. Ja, dann machen wir mit unseren Fladen auch gleich weiter. Ich bemäle jetzt meine Arbeitsfläche ein bisschen. Und dann holen wir den Teig auch schon raus. So, ich gebe oben auch nochmal mit dem Streufel ein bisschen Mehl drüber. Wunderbar. So, fällt der mir wieder ganz toll. So, dann schneiden wir uns sechs Teile. Bei sechs Fladen gibt es zwei, vier, sechs, genau. So, die drücke ich mal jetzt einfach bloß ein bisschen platt. Dann nehme ich wieder den Teigroller. und rolle mir das so aus, so wie ich sie haben möchte. Ich bin sie rund, länglich, so wie ihr sie wollt. Ich mache jetzt einfach so ein bisschen länglich. So, ich werde jetzt vier drauf bringen auf einen. Der wird groß. Ich könnte es auch kleinere machen, aber ich habe jetzt letztes Mal auch sechs Stück gemacht und das war eigentlich von der Größe her perfekt. Einfach ein bisschen mit dem Teigroller ein bisschen ausrollen, dass sie nicht ganz so dick sind. Also vier Stück habe ich jetzt drauf gebracht. Jetzt mache ich das jetzt gerade... Ich glaube, ich komme da rüber, gell? Ja, dann seht ihr das, glaube ich, besser. Ja. So, jetzt ist es so, dass wir jetzt mit einem scharfen Messer uns jetzt die Fladen schön einschneiden, damit dann auch das Petersilien-Knoblauch-Gemisch auch richtig schön innen reinziehen kann. Das könnt ihr euch jetzt auch einschneiden, wie ihr wollt. Wir machen jetzt einfach... Ich mache jetzt so Rauten. Einfach einmal so rum, einmal so rum, dass das wunderbar durchziehen kann, also dass das auch innen drin nach Knoblauch schmeckt. Also das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss schon wieder schürgen, wenn ich bloß dran denke. Einfach einschneiden, dass das wirklich schön innen rein kann. So, wunderbar. So, und dann nehmen wir unsere Masse, die wir uns vorhin schon vorbereitet haben. Boah, wenn das ihr riechen könnt, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. So, und dann gebe ich jetzt überall so ein Löffelchen drauf. Wie gesagt, letztes Mal hat es genau für sechs gereicht. Ja, und so machen wir es wieder. Schaut, das ist jetzt genau für die anderen zwei noch der Rest. Dann nehme ich jetzt einfach den Pinsel und verstreiche das noch. Schaut auch mal ein bisschen anders aus mit dem Grün, mit dem Petersilie. Pfeffer. Nicht nur immer so mit Olivenöl und Knoblauch, sondern mal mit Petersilie. Von der Farbe her auch ganz was anderes. Boah, und ein Duft. Und jetzt geben wir oben drauf noch ein bisschen Salz. Pfeffer. Und Pfeffer. Frisch aus der Mühle. So. Das Ganze schiebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Ober-Unterhitze. Ihr wisst ja, die Stormware-Produkte kommen immer auf dem Rost. Ganz nach unten. So wird das Backergebnis am besten. Jeder Backofen backt natürlich anders, heizt anders. Darum schaut sie einfach, macht Blickkontakt von der Zeit her. Ich habe mir jetzt vermerkt 15 bis 20 Minuten. Wie gesagt, kann bei euch 25 sein, kann auch nur 12 Minuten sein. Ja, das seht ihr ja selber. Ich mache die jetzt und dann mache ich die anderen zwei gleich und schiebe sie dann rein, wenn die fertig sind. Ja, und wenn sie dann alle sechs fertig sind, hole ich euch wieder dazu und zeige euch natürlich, wie sie fertig ausschauen. So, meine Knobi-Fladen sind fertig. Ich bin wieder total begeistert. Schaut mal, wie die wieder ausschauen. Die ganze Küche, das ganze Haus duftet also hammermäßig. Bei mir waren sie jetzt genau 17 Minuten im Ofen, aber ich habe euch vorhin ja schon gesagt, jeder Ofen ist anders. Also ich bin wieder total begeistert. Schaut mal. Also ich kann nicht mehr sagen, wie nur traumhaft absolut Geschmacksexplosion. Das weiß ich. Traumhaft. Ich kann nur sagen, traumhaft. Macht es nach. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr es mal ausprobiert und mir dann in die Kommentare schreibt, ob es euch genauso geschmeckt hat wie bei uns. Ja, bei uns war es das heute glaube ich mit dem Grillen. Bei uns zieht es zu. Es fängt auch schon leider zum Tröpfeln an. Dann gibt es halt die Würstel heute in der Pfanne und die dazu. Schönen Salat und fertig. Ja, Rezept steht wie immer unten in der Infobox. Ich verabschiede mich bei euch. Macht es gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.